hey leute und herzlich willkommen zu einer neuen runde von rocket league zusammen mit firestorm und no arms no cookies viel spaß beim zusehen ja ja aber das wäre dann unrealistisch die leute denken dann das film fast nicht ich bin so zufrieden ja kannst ruhig starten kein problem ja 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 jetzt verlieren wir 50 nein so gehen wir jetzt gerade wird schwierig schön danke du mich auch mittel kreis die räder ja ich kann das bei uns im tor aber alles gut noch ah da hast du hast den fuß schon raus gelassen sehr gut ich bin im tor ja du hast mich motiviert gerne noch mal dran rückwärts kann geht alles macht nichts vor euch ich habe ich das obermann ich krieg sie mir aus dem kopf ich bin weggekommen es sah so aus dass ich einfach so aufs vorwärtshaltung gemacht weg mit dem ding jetzt sind sehr offensiv tor ist leer schade das auto raumdreht ist immer völlig durch wer hätt's gedacht give me give my comeback das ist für den box united dass wir verlieren das ist für den boxy zauber ich bin hinten nein hat mir getroffen wird mich direkt räche vorsicht ich bin mega offensiv ist mal ausnutzer ich bin mega offensiv ja ich bin mega offensiv der abhäuer wird eklig nice ah ein tor ah kein problem mann nice das war alles geplant drei mann direkt bei ihm keiner kann was tun auch eine schöne vorlage Achtung Firestorm jawoll sehr gut er hat kein boost ich kann nicht hier fliegen so weg mit dem ding jetzt jawoll befreiung ich bin im tor ich hab keinen boost ich hab keinen boost noch treffen hä sauber wachs auf gehts wachs null boost ja boost ich bin hinten nein natürlich kommt er noch dran ja schön oh herrlich nein ja hey nice boah war das gut ey boah der hat es echt selber verdient schon rein zu gehen mann mann ja aber wenn es eine vorlage ist umso schöner das gefühl genau wie Firestorm ich geb was zurück du bist auch ein super vorlagegeber ja ich bin tot aber der ball geht vorne bei dir was du ja ich bin im tor alles entspannt scheitert ja denn in dem moment hat er nochmal angeditscht er kam vorne wieder aufs tor und da lauert Götze und ah alter treuerte kein taktik ey he kai ah war er ist halt fertig ich halte sie fest nice haha hast du schon ein tor ja oh ich hab keinen boost ich kann nicht fliehen aber hoppla uuuuuh sehr gut ich fahr ins tor jetzt drücken sie nochmal dran Männer huuuuuh Tor ist leer ha 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 schade gg trotzdem nice 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 so die games sind auch viel besser und spannender wie so 7-0s ha 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 ja imörible immer wenn du nicht auf baixernНе kreis kreis Da kommt freie Schussbord und natürlich geht er rein, da geht er Weiter geht's Ja da Mexikaner Klasse Viva Mexico Ja, ah, schade Ja! Ja! Nice! Das Spiel hat er gut gemacht Schewa braucht halt den Druck, das sag ich hier Da muss doch immer eine Aktion hinten nachkommen Was lobe ich ihn denn? Das war gut gemacht von Schewa Ja, ja, jetzt hat er gut rausgespielt Nice! Schönen Panic verbreiten Nein, ich hab ihn ja getroffen Ich wollte nur noch Ja Drüber lupfen Oh, da kommt noch Ah, schade Ach, mit Ich bin zu dritt auf den Ball, das ist nicht gut Ja, weil ihn keiner richtig klären kann Weiter Da Das geht's nicht! Was ist das? Was ist das? Ich bin im Tor Ich vergesse mal Müsste es jetzt extra, weil ich aufnehmen Dumm dran stelle Alles gut Ja Highlight Wachstumme Highlights Seine Fans wollen im nächsten Highlight Video wiedersehen Ja, ja Das nächste Komm, sowas kannst du ammo bringen, ansonsten danach ist ja langweilig Nice! Klar, immer das Highlight Video ist schon gut genug Das bereitet Bauchschmerzen Hoffe ich Vor Lachen natürlich Hoffe ich Ah Da wollte er mich rammen Nee, nee Ich bin nicht mehr im Tor Ich bin im Tor Nice! Perfektes Timing Ich bin nicht mehr im Tor Ich glaub Sheva ist, oder? Ich bin im Tor Ah, das kommt ja noch dran Firestorm Firestorm Verdammt Weiter Oh, ich bin nicht mehr da Nein! Ich war so schade Immer so schade Timing, das Timing Ja, das war klar Ach, als ob das jetzt so durchgedribbelt hat, ey Das kotzt mich beim Fußball schon an, Mann Ist das mal wieder gedribbelter, zack, links, rechts, was willst du noch machen? Ja gut, du warst, du warst schon in der Dip, das ist klar Ich müsste vorher in den Zweikampf einfach kaum noch Entweder, da muss ich halt echt sicher sein oder abwarten Ja, ich hab's geregelt Ja, ich hab's geregelt, ja Keiner im Tor Jetzt gehe ich ins Tor Ja! Firestorm, was ein guter Schuss, ja einfach Ey, wenn keiner von euch den machen will, dann machen die den halt Da war ja keiner Naja Irgendwie flug aber zu weit weg Ich war noch hinten, musste hinten einen Boost holen, ich hatte nichts Ähhhh Ja, und ich Idiot war im Tor Naja Zieh Weiter Wo war nicht so viel Boost? Oh, schade Nice Sehr gut, ich bin im Tor Ah, komm zurück Oh oh, das war nicht soo gut Oh oh, das war nicht soo gut Oh oh Feister mit dem Tor Sehr gut, ich bin wieder im Tor Ich halte einer fest Kommt schon Kommt schon André ist nicht im Spiel Schade One Bucks, den hast du Ich geh nach hinten Nice Und Nein Och Kommt da noch dran, es gibt's Nice Jemand im Tor? Ich grad, ne Okay Okay, bist du fragisch und macht da nichts Och, Gott sei Dank Hey Nein Das war einfach der andere Spieler, ich hab schon gedacht Nice, ich bin im Tor, ich bin im Tor Keinen mehr fangen jetzt Sorry Sorry Ich hab keinen Boost Kein nix Ich brauch Boost Ich bin im Tor Feuer Feuer Storm, Feuer Storm Weiter Ich hab keinen Boost Geht's net Nice Ich bin im Tor Ich bin im Tor Ich bin im Kollegen nicht mit mir Ach, nein Ach, nein Weiter Schön Nein Sehr schön Ah T-Line, Bucksie, 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 Line Nice Du kannst das immer so machen, wenn einer keinen Boost hat und nach hinten fahren muss, dann sagst du dem Torwart Bescheid, dann kann man gegen den Wechsel machen Das ist ja wirklich arg leberne Taktik Weil der Torwart hat komplett voll Boost, der kann dann nach vorne Ich hab gedacht, das haben wir schon vorher so gemacht So, ab nach vorne mit dir Ach, dann kommt Shit Weg mit Ich hab keinen Boost Ist egal, der ist jetzt vorbei Ja Ja Nice Katana Katana Shit Ich glaub, wir müssen doch öfter aufnehmen, dann gewinnen wir immer Ja, jetzt läuft's lustig besser, ne? Komisch Nice Ja, ich mein, die gewinnen sonst ja auch immer Ich wollt grad sagen, was erzählst du, wir gewinnen noch 50% mehr Ja, wir gehen eigentlich immer, ne? Und unsere Siegquote ist sehr sehr hoch, bei 95% Wow, was ein tolles Game von mir Einfach nur Striker, One Shot on Goal Wow Toll Viel zu super Algetrag, egal Abwachst, was ne Maschine Schade, so wenn ich klar match es heute, ne? Irgendwie Du musst meine Vorlagen halt auch mal annehmen, ne? Ja, genau Oh, ran geht's hier, zack zack Ja Oh, der kommt recht links zu uns Ja Ja Viva Spanier Viva Spanier Viva Spanier Viva Spanier Oh Gott Viva Spanier Viva Spanier Auf geht's Viva Spanier Viva Spanier Viva Spanier Junge Junge, das war ja ein Befreiungsflag Viva Spanier Viva Spanier Ah, sehr gut. Firestorm lässt sich nicht. Sogar gegen zwei Leute. Vorsichtig, die lauern hier alle nur wie die Verrückten. Wie geht's? Immer im Tor? Ja, weiß ich nicht so. Sehr gut. Firestorm, Firestorm. Sagst du seine Maschine? Ja, ich kann's machen. In der Mitte. So schöne Vorlagen, ey. Firestorm. Nice. Ich bin im Tor. Auf geht's Sheva, auf geht's. Ah, das gibt's nicht, dass die irgendwie noch dran kommen. Ich bin in die Mitte mit dir. Und? Ich schreie damit. Ah, und? Ja, ja. Ja, sehr gut. Ich war zu weit, ich stand schon unterm Ball, das war ein bisschen dumm. Ah, schade. Du hast die alle verarscht. Richtig gemacht. Ja, gut. Das war der wahre Stoßstuhl, mal einfach prallen lassen. Ja. Und dann Ableger. Ja, Sheva, ey. Abnehmer, so rum. Eigentlich hat Gomez von ihm gelernt, muss man so sagen. Ich bin im Tor. Oh. Oh. Ja, nicht so gut. Nice. Der geht vorbei. Nein. Aber... Warning der Abpraller. Auf geht's Sheva, auf geht's. Ah, schade. Ups. Ups. Habe ihn nicht gesehen, Mensch. Oh. 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 Nicht ran. Fassen. So. Ich bin hinten. Auf geht's, Bugs. Auf geht's. Ah. Boah. Hm. Deiner, Sheva. Ich bin hinten. Guck mal, der spielt gar nicht mehr für uns. Alles gut. Der legt sich den Ball nur zum Schuss zurecht. Da weißt schon, was er macht. Ah. Schade. Was? Hä? Das kann doch gar nicht gehen. Ich, äh, geh ins Tor. Okay. Okay. Ich war durch vor. Sorry. Sorry. Boah. Ja, das war sehr gut. Ja, das war sehr gut. Wir sind hinten? Ja, ja, ich bin hinten. Komm schon. So. Leo. Sehr gut. Ich fahr vor. Ich bin gut abgesprochen. Sehr schön. Das gibt's doch nicht. Komm, hätte keiner, wenn es dringend geht. Ist immer ein Tor gut. Ja. Sehr schön. Ah. Ja. 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 Nein. Weiter, weiter dranbleiben. Die werden nervös. Ja. Ja. Ja, egal. Hauptsache Ball vornehalter. Und, soll's hin, oder? Komm schon. Nice. Können wir überhaupt hören, immer nur mit einem Tor Abstand zu gewinnen? Das ist mir zu knapp. Also, ich find's gut. Ich find's spannend. Nice. Geil. Dangeweile, oder was? Ich bin ... Vielen Dank.